Ich probiere es gleich nochmal mit der anderen Bildeinstellung. Ich glaube so ist es besser. Da kann man weiter sehen. Da ist dem Löwenzahn schön. Das frische Grün von den Bäumen. Dann gehts da dann ran. Da Richtung Wuppmannshofer. Die Straße nach Wuppmannshofer. Jetzt kommt dann da dann das Neubaugebiet mit den Negrana in Fahrradseil. Im Hintergrund. Auch jetzt mit dem Dauerfenner. Ganz hinter dem Diem. Dann kurz Richtung Gacka. Hoch da oben. Dann kurz weiter. Hier. Und dann Richtung Fahrradbeinbalk. Hinterbeinbalk. Und dann halt ganz in Richtung. Ganz da hinten sieht man auch. Und hier. Jetzt da. Hier. 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 Hier.